kann ich jetzt hier gleich einen fähigkeitenbaum aufrufen habe einen punkt aber ich will ja drei punkte sparen kann ich mal zeigen damit ich den dreifach sprung kann dreifach sprung kostet drei punkte ist ja wohl klar ich will jetzt mal ganz kurz aus hier rechts gucken was es hier so zu entdecken gibt da geht es auch noch lang vieles jemals ouch man was mache ich denn das war unnötig kann man auch sie die eule da in die falle locken sehr schön hat sich gelohnt fehlt mir noch eine einzige dann habe ich ein dreifach sprung sehr fies aus hier ouch man ist das ernst gemeint oder was ich glaube ja ouch das ist ja super nein wie viele tode werde ich jetzt hier sterben ich lade schon extra nicht mehr so weit auf ey das ist jetzt gemein ich will nicht so oft hier sterben was ist das für eine stelle hier ist doch nicht kann ich ernst gemeint sein das sind auch die fiesesten todesranken au die es gibt können die mal ein kleines bisschen weniger gemein sein hallo geht es noch ich lade das schon extra nur ich das kann man auch gar nicht kürzer ok dann machen wir es ein bisschen anders vom winkel wie komme ich denn jetzt da genau durch ist doch quatsch haha das ist ja das ist eine interessante stelle okay mh 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 Okay, jetzt soll ich den Felsen lösen. Wo löse ich denn welchen Felsen? So muss ich dann doch erst wieder nach unten, oder was? Autsch, ich wollte nur nach unten springen. Ist ja gut. Wie komme ich denn jetzt wieder nach unten, wenn... Welchen Felsen denn lösen? Soll ich jetzt hier den ganzen Weg nach unten, den ich mir mühsam freigekampt habe, was ist da eigentlich hier noch? Und was ist da? Und was soll das alles überhaupt? Komme ich da jetzt überhaupt dran vorbei? Will das Spiel jetzt, dass ich vorbeigehe, oder will das Spiel jetzt nicht? Kann ich überhaupt hier wieder zurück? Oder ist das nicht ein bisschen sehr... Autsch. Ich habe so wenig HP. Ich habe so wenigstens. Ich glaube nicht, dass es sieht nicht aus, als wäre es dazu gedacht, dass man hier nochmal zurückgeht mit den Ranken, ehrlich gesagt Dann probiere ich es jetzt hier Hier ist ja auch total schön Kommt jetzt noch eine Autsch Vielleicht so ein bisschen mehr HP Dass es noch ein bisschen entspannter ist So, jetzt reicht es hier Okay, da sind wir nicht zurück Hier komme ich aber auch nicht Da komme ich nicht hoch ohne Hilfe Von so einer blöden Eute Muss ich die hier reinlocken Autsch Komm Euli, Euli, Euli Euli, Euli, Euli Okay, weiter kommt sie nicht mit Also Kann ich sie nur Dafür verwenden Ja, aber es reicht ja auch Und dann war es nur Okay Egal Ups Achso Das ist gar keine Wand Kann es auch nicht beliebig oft machen Fast Habe ich jetzt da oben links Das schon geholt Ja, ich habe nachher mal gespeichert Komm her Komm her Euli, Euli Euli Komm her Euli, Euli Euli Autsch Okay Wo geht es jetzt da hin Da geht es auch noch darüber Da habe ich überhaupt nichts davon Da habe ich überhaupt nichts davon Wie soll denn das gehen? Das ist doch Quatsch, oder? Autsch So, da rechts Ich versuche gerade Also mal ehrlich Also mal ehrlich Das geht nicht Da rechts ist doch alles voller Superstacheln Naja Da klingelt zum Glück Das ist an der Tür Und mein Essen ist da Das heißt Ich werde mich gleich wieder melden